Sehr schön auf jeden Fall. Wollen wir gleich die Pulitzer? Diggendorf. Das ist schon ein Stück eigentlich. Das war wirklich vom untersten Punkt bis zum obersten Punkt. Eigentlich kann man fast sagen, dass vieles da nicht macht. Das war's. 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 Okay. Put it raw. Ob von Innsbruck. Was ich jetzt gezahlt habe, weiß ich nicht, aber... Oh ja. Gut wahrscheinlich. Das ist die Wecku. Dann nochmal auch. Das kann ja... Was ist das? 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 So das, warum sollte ich dann anfangen? Das macht ja keinen Sinn, wenn ich das mache. Richtung Frankfurt, ein richtiger Ziel. Das macht ja keinen Sinn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Oh, der Leigh. Ich sollte ein Helikopter spazieren. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ja, geradeaus Richtung Frankfurt. Das ist unser Weg. Die Kalle. Konzentration. 600 Kilometer haben wir schon hinter uns. Wir schauen, dass wir bis 19 Uhr circa durchfahren. Dann wollen wir eine Pause wieder machen und dann werden wir weiter gehen. Von daher. 2 1 1 1 ich weiß gar nicht welche folge sind schon aber wir sind ziemlich ziemlich weit vorangeschritten jetzt eben wie gesagt planung schon für die nächsten zwei lkw die rache mal voll machen dann ja dann heißt den zweiten standort suchen wo wir den standort machen weiß ich jedoch nicht aber überlegt nachdem wir in österreich sind ob es nicht sinnvoll werden zweiter in österreich zu machen bevor wir international gehen im prinzip könnte ich aber auch sagen nach in münchen zum beispiel ans oder so obwohl ich noch nie münchen war aber als beispiel offenbacher kreuz krank unter kreuz namen stadt frankfurt gibt es da wir fahren weiter gerade raus 1 bis baden wusste ich kenne den meisten alles jetzt generell wenn ich so herumfahrt die meisten abend kenne ich nur daran im fußballverein das ist unglaublich so weiter geht die fahrt kassel köln was kann man können aber ich glaube können wenn es das richtige richtung was kann man wenn du los kommst es gibt das ich bin ich bin unterschätzt es du es du ich bin du 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 Frankfurt-Ost-Plot Ich habe mich sehr, 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 sehr. So, wo fangen wir denn da jetzt raus dann? Für Köln und Dortmund. Dortmund weiß ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich aber noch Köln, weil Köln ist aber Dortmund. So, wo ist denn, wo aus der Welt? Natürlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was kommt da vorn? Herborn West Kerosin nach London Eigentlich interessant Kerosin Also für Flugzeuge Flugzeuge ist natürlich deutlich schneller Ich frage mich, ob sich das denn echt zu viel garantieren würde wenn man Kerosin transportiert Beziehungsweise weiß ich gar nicht, kann man Flüssigkeiten in der Luft transportieren? Also werden so Öl und sowas in der Luft transportiert? Eigentlich nicht weil das wird ja alles durch Pipelines gepumpt normal Aber vielleicht ist es die einzige Möglichkeit quasi mit Lkw Kerosin zu verteilen Aber ich sage mal so viele Kerosin wie wir da hinten haben dass wir da maximal für ein Flugzeug erreichen Und zwar Geschätzt jetzt ich weiß es nicht